Jetzt wird's richtig spannend, denn jetzt kommt der Zeitpunkt, an dem du deine erste Episode veröffentlichst. Falls du eine Zuhörerin oder ein Zuhörer bist, der dies bereits getan hat, hör gerne trotzdem diese Folge zu Ende, denn es gibt noch einige Tipps zum Veröffentlichen einer Episode. Um deine erste Episode zu veröffentlichen, melde dich zuerst in deinem Podcaster-Benutzerkonto an. Gleich auf der ersten Seite, auf dem Dashboard, findest du rechts ein Menü namens Aktionen. Dort siehst du gleich als zweiten Button von oben die Aktion Episode anlegen. Genau das wollen wir tun, also draufklicken. Du gelangst dann zu dem Formular, wo du alle Informationen zu deiner Episode angeben kannst. Zuallererst gib den Episodentitel ein. Falls du eine fortlaufende Nummerierung in den Episodentitel einbaust, achte darauf, für jede Episode dieselbe Schreibweise zu benutzen, zum Beispiel Folge-01-intro. Später, wenn du mehrere Episoden veröffentlicht hast, sieht es nämlich in den Podcast-Apps und Verzeichnissen schön ordentlich aus, wenn alle Nummerierungen gleich formatiert sind. Zum Episodentitel kann ich dir noch einen Tipp geben, und zwar sollte er Interesse wecken, ähnlich wie bei Zeitungsartikeln. Sie sollen nämlich verständlich machen, worum es geht, aber ohne ein wichtiges Fazit aus der Folge vorwegzunehmen. Was sich eignet, sind zum Beispiel offene Fragen oder ein griffiges Zitat aus der Folge. Es ist außerdem keine schlechte Idee, ein oder zwei relevante Kernbegriffe aus der Episode im Titel zu verwenden. Damit erhöhst du nämlich die Auffindbarkeit deiner Episode, wenn jemand nach einem dieser Begriffe googelt. Bei Interviews wird auch häufig der Name des Interviewpartners oder der Interviewpartnerin zusammen mit ihrem oder seinem Beruf genannt. Das zweite wichtige Feld, das es auszufüllen gilt, ist die Episodenbeschreibung, oft auch Shownotes genannt. Auch hier gilt es, Interesse zu wecken, diesmal darfst du aber etwas großzügiger mit Informationen sein. Die allermeisten Shownotes sind so aufgebaut, dass als erstes der Inhalt der Episode geteasert wird, also angerissen, interessant gemacht und eventuell vorkommende Gäste kurz vorgestellt werden. Optional kannst du dann den Inhalt der Folge nach seinen thematischen Unterteilungen aufschlüsseln, also eine Inhaltsangabe wie in einem Buch eintragen. Manche Podcast-Mediatheken können auch Kapitelmarken mit Zeitangaben auslesen. Dazu in einer künftigen Episode mehr. Als nächstes folgen meistens weiterführende Links und Verweise auf Quellen, Personen oder andere Bezugspunkte, die in der Episode erwähnt wurden. Den Schlussteil der Shownotes bilden meistens Social-Media-Links zum Podcast selbst, zu seinen ProduzentInnen, ModeratorInnen und den Gästen der Episode sowie eventuell Links zu den Produkten von Werbepartnern, wenn es welche gibt. Außerdem können Links zu Spenden oder Crowdfunding-Projekten dort aufgeführt werden, wobei es sich bei diesen durchaus lohnt, sie weiter oben in der Episodenbeschreibung aufzuführen. Du kannst die Shownotes mit den gängigen Textformatierungen dank HTML gestalten, das heißt Kursiv- und Fettschrift nutzen, Listen und Aufzählungen anlegen und Wörter mit einem Link versehen. Gib im Feld Autor die Namen der AutorInnen der Episode ein. Das kann auch der Name der Produktionsfirma sein oder der Name des Podcasts selbst. Ein weiteres Feld, nämlich Urheber, kann hier genauere Auskunft über inhaltlich Verantwortliche der Episode geben. Dann, und das ist ja der Kern der ganzen Geschichte, wählst du unter Podcast-Folge die Audio-Datei zu deiner Episode aus. Entweder lädst du die Datei an Ort und Stelle hoch, um sie mit der Episode zu verknüpfen, oder falls du sie schon in deine Mediathek im Podcaster-Konto hochgeladen hast, kannst du sie hier auswählen. Nach der Auswahl der Audio-Datei hast du die Möglichkeit, sie noch einmal über den Play-Knopf anzuhören, um sicherzugehen, dass sie abspielbar ist und dass es sich um die richtige Datei handelt. Du findest übrigens zu jedem Eingabefeld über den kleinen blauen Infopunkt Hilfe zum Ausfüllen. In der Rubrik iTunes kannst du noch extra Angaben für Apples Podcasts-App machen, die es bei anderen Podcast-Diensten nicht gibt, zum Beispiel die Einordnung in Staffeln. Dies sind allerdings keine Pflichtfelder. Ganz zum Schluss hast du die Option zum Veröffentlichungszeitpunkt der Folge. Du kannst sie geplant veröffentlichen und ein zukünftiges Datum und Uhrzeit auswählen oder zurückdatieren oder sofort veröffentlichen. Wenn du mit der Bearbeitung noch nicht fertig bist und später noch einige Dinge ändern oder hinzufügen möchtest, kannst du die Episode auch als Entwurf speichern. Sie landet dann in der Liste deiner Episoden im Podcaster-Benutzer-Konto, ist aber nicht veröffentlicht, bis du nochmal auf Bearbeiten klickst und die Episode veröffentlichst. Du möchtest deinen eigenen Podcast starten? Kein Problem mit dem Podcast-Hosting-Dienst podcaster.de. Mit dem folgenden Gutscheincode kannst du das 60 Tage lang kostenlos testen und deinen Podcast veröffentlichen. Der Code lautet IN-5-Minuten-zu-Podcast. Gib ihn nach der Registrierung unter Guthabenkonto ein. Du interessierst dich für Podcast-Produktion und die Podcast-Szene? Dann abonniere diesen Podcast sowie auch den Kanal NAPS, Neues aus der Podcast-Szene. Teile diese Episode mit deinen Bekannten, die auch Podcasts machen und besuche uns auf podcaster.de, auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Twitter. de, auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Twitter.de, auf Facebook.